Ich will euch natürlich eine Geschichte erzählen, aber ich lese gerade. Ist das ein Buch? Nein. Ist das eine Zeitung? Nein. Es ist ein... wer weiß, was ist das? Das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen. Ich lege das zur Seite und wir erzählen bald doch eine Geschichte. So, wir waren mit Sissi und Franz und Franz... was hat Franz gemacht? Es war etwas mit dem Herz. Oh, er hat... er hat geliebt. Ich glaube... Franz, liebst du Sissi immer noch? Ja, Franz. Immer noch. Ganz viel. Ich glaube, ich muss zu meiner Mutter gehen und den Ring holen. Wir sind so... So, okay. Hallo, Franz. Hallo, Mutter. Was? Könnte... ähm... könnte ich bitte einen Ring haben? Den von mir im Ring? Was willst du? Du willst den goldenen Ring von mir? Dam, 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 dam. Warte, warte, warte. Das ist ein Ring. Was ist das? Das ist ein Ring. Dam, dam, dam. Alles trotz des. Oh, danke. Hier, 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 hier. Das ist nicht wichtig. Bringst du den Ring zurück? Nee. Ist leicht. Frank, für wen ist der Ring? Für mich? Ist der Ring für mich? Nein. Nein. Ich glaube, das ist für die Hoffenwisch. Oh, das ist für mich. Der Franzi hat etwas Wichtiges, das er sagen soll. Sissi, wir können uns seit sehr kurzer Zeit... Was, so, einen Tag oder so? Aber ich würde dir gerne diesen, ähm... Wo ist das? ...diesen Ring geben. Möchtest du mich heiraten? Oh, ja. Weißt du? Sollst du ja sagen oder nein sagen? Ja. Ja. Und jetzt kommt aber das Schwere. Sie müssen den Eltern erzählen. Wo sollen wir beginnen? Sophie oder Max von Bayern? Max von Bayern. Hallo, Max! Deine Papa. Habt ihr mir was zu sagen? Oh, was ist denn das? Oh, warte, warte. Er hat eine Frage gestellt. Was ist das? Eins, zwei, drei. Was ist das? Ein Ring, Papa. Ein Ring von Frank. Wow. Ich will dein Sohn werden. Glückwunsch. Glückwunsch. Eigentlich habe ich jetzt was für euch. Ich habe ein Geschenk für euch. Für dich. Max, was ist das? Max von Bayern, was ist das? Eins, zwei, drei. Max von Bayern, was ist das? Das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk. Was ist das? Das ist ein Geschenk. Oh, okay. So, ich habe eine Frage. Was ist das Geschenk? Was ist das Geschenk? Wer hat eine Idee? Ja, was ist das? Eine Bombe. Max, ist das eine Bombe? Eins, zwei, drei. Max, ist das eine Bombe? Tick, 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 tick. Nein, das ist keine Bombe. Okay. Was kann es noch sein? Das ist keine Bombe? Kekse? Ah, sind das Kekse? Nein, das ist nicht Kekse. Ist das eine Kuckucksuhr? Ist das eine Kuckucksuhr? Obwohl das so klingt, ist es auch nicht. Nein. Fangen wir. Oh, hast du einen? Ist es nicht? Es ist absolut nicht. Nein, das ist doch etwas. Und eine letzte. Oh, weil er schon stummt. Ist es eine Waffe? Oh, Waffel? Ah, Waffe, 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 Waffe. Ist es eine Waffe? Nein, ich habe Schnabbeltieren sehr gern. Es ist keine Waffe. Fangen wir. Eins, zwei, drei. Was ist das? Was ist das? Das ist ein Ballon. Das ist ein guter Geschenk. Ist das ein gutes Geschenk? Nein. Nein. Ja. So viel, so viel, so viel Schraut. Ja, was etwas Wichtiges passiert hier und du verpasst es. Was ist das? Das ist ein Ballon. Ja, das hat der Max als Hochzeitsgeschenk gegeben. Sie heiraten. Das ist schön, oder? Ja. Das ist kein Geschenk. Das ist ein Geschenk. Was ist das? Fangen wir. Was ist das? Eins, zwei, drei. Was ist das? Das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk. Das Geschenk ist ein Kleid. Das ist ein Kleid. Was ist das, Wannsee? Das ist ein Kleid. Genau, die Wicke. Das ist ein Kleid. Ist das ein rotes Kleid? Nein. Ist das Kleid Gold? Nein. Wer darf nicht packen? Nicht packen, ne? Das ist ein Grau. Und Lila. Und Lila. Danke, danke. Ich kann es in Gold. Lila. Gefällt dir das Kleid? Es ist ein Schwarz oder Silber, oder? Nein. Fasst mir auf. Total gut. Es ist ein Barsch. Okay, so. Jetzt ist die Hochzeit. Sissi, was brauchen wir? Eins, zwei, drei. Sissi, was brauchen wir? Wir brauchen Blumen. Ganz viele Blumen. Wo sind Blumen, wo sind Blumen? Da hinten. Da hinten. Super. Sie hat Blumen. Und wir brauchen auch einen Priester. Wer hier kann sehr, sehr laut sprechen? Ich habe die Blumen. Nein. Außer mir. Ja, ja. Wer kann, wer kann. Willi kann. Willi kann. Nein. Bei mir. Oh, ja. So, wir gehen. Okay. Buh, 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 Buh. Buh, 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 Buh. Hey, Nix. Buh, Buh, Buh. Okay, so, innen mit. Innen mit. Okay, so. Guck. Da, da, tada. Okay. Schömmt. HHM. So. Schömmt. Bistu 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 Ja Ja So was Morgan Geht die Geschichte Wider Tschüss